sind wir beim nächsten deck tag und dieses deck ich habe es jetzt ein paar mal gespielt und habe es damals auch schon gespielt und heute noch mal und wo ist das der geil und ist das deck ein unglaublicher sleeper die rede ist von turbo dabs beziehungsweise rainbow dabs das deck macht mir mega spaß ich bin 3 1 gegangen habe gegen doomsday verloren auf der fnm ich habe einige andere kleinere turniere mitgespielt ich mal 2 2 oder 3 1 oder 4 0 gegangen bin und es hat wirklich spaß gemacht ich habe viel auf dem discord auch damit gespielt wahnsinnig wahnsinnig geiles deck ich weiß nicht warum ich nicht mehr leute das deck spielen weil aktuell ist es so strong und es ist so on point es ist so da und es macht so viel spaß zu spielen es ist so stark gegen alles was aktuell an top tier decks rumläuft wahnsinn wahnsinn außer der fnm texas gucken wir uns das deck mal an wir spielen vier drei drei pithy needle zwar drei verschiedene artworks voll non voll und das art work weil ich habe keine einheitlichen pithy needle ein manner artefakt wenn das spiel bekommt sagen wir eine karte an karakas wasteland planeswalker oder 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 und naja die aktivierten fähigkeiten aus den mana abilities von der karte dürfen nicht mehr aktiviert werden sehr sehr stark dagegen dann vier lotus petel null mana artefakt tappen opfern man haben die über farbe bekommen wir brauchen ramp wir brauchen mana wir brauchen schnell wir müssen ja turbo dapsen und nicht slow dapsen denn wir spielen turbo dabs beziehungsweise rainbow dabs rainbow warum rainbow dabs ziemlich einfach aus dem und heraus dass wir eine menge rainbow länder spielen rainbow länder werden länder genannt die alle fünf mana farben machen können unter anderem zählt dazu zum beispiel die gemstone mine wenn sie das spiel verkommt legen wir drei minencounter drauf tappen wir remove einen minencounter davon kriegen mana beliebiger farbe wenn keine minencounter mehr drauf sind muss das ding geopfert werden das heißt dreimal macht das ding farbloses mana beliebiger farbe nicht farblos dann haben wir noch dreimal mana zusammenfluss ist ein land tappen leben bezahlen und wir zeugen eine mana beliebiger farbe immer noch minimals besser als city of brass weil city of brass hat den nachteil dass wenn sie getappt wird ein schaden macht das bedeutet man kann schaden bekommen durch wie schaden ports ist der ganz kleine aber feine unterschied weshalb ich die karte einfach besser finde dann haben wir ein paar utility lands ghost quarter tappen für ein farbloses tappen opfern serstören land auch ein basic land wenn es sein muss und der beherrscher durch die situation direkt am standard land und bringt das enttappt ins spiel ist ähnlich wie pithy needle sehr sehr stark gegen wasteland weil wenn wir wasteland wenn wir pithy needle auf wasteland machen reden da spielt ein karakas können wir damit wenigstens karakas noch zerstören okay die dame über mir hat bock mit ihrem mit ihrem aufräumaktion dann haben wir ein boyuka bock kommt getappt ins spiel wir suchen uns ein friedhof aus von einem gegner wir exilen alle karten aus diesem friedhof des gegners und target player sogar wir können unseren friedhof exilen cool tappen für ein schwarzes mana ist tatsächlich einfach als kleine utility karte genau wie diese giri steppe kommt getappt ins spiel menschen spiel verkommt kriegt eine kreatur schutz vor einer farbe unserer wahl und ja tappen für weiß beides sehr sehr stark gerade weil man hier in diesem deck instant raussuchen kann dann ein karakas warum naja wir können damit auch gegnerische maritlage bouncen wir können gegnerische flieger die legendär sind wie ein grisselbrand oder ähnliches aus dem weg hauen und es ist einfach ein land was wir mitnehmen können um kleinere kreaturen aus dem weg zu räumen sehr sehr wichtig sehr sehr gut einbuss sejo who endures tap für ein grünes oder für ein grünes und farbloses der hand abwerfen und wird zerstören alle fakt eine verzauberung oder ein land das der gegner kontrolliert und der herrscher darf dann deckt nach dem stand land karte typ karte durchsuchen ist alt dafür da damit wir sowas wie anthony bridge blood moon oder auch sowas wie wasteland zum gegner einfach mal zerstören können ihr merkt schon wir gehen einfach straight forward und hauen einfach alles kaputt dann ein javi maya cradle of growth jedes land ist noch ein forest als solcher typ wir sind hauptsächlich grün und schwarz dementsprechend das man merkt vielleicht wir sind ein bisschen mehr schwarz als grün wir haben auch vier ohrbox drin jedes land ist noch ein sumpf als solcher ding das liegt daran dass unsere combo ein teil unserer combo mit schwarz einfach zu bezahlen ist und da deshalb spielt man das so man kann auch 3 2 spielen ich bin 4 1 tatsächlich ein großer fan von dann kommen wir zur combo das deck hat ein kollege von mir der gute björn grüße gehen raus sowas in der art euch schon mal vorgestellt das normale dark dobs deshalb damals das video findet ihr da oben läuft es irgendwann mal durch bestimmt und da könnt ihr mal draufklicken da erklärt ihr euch auch die combo ich erkläre euch die combo nicht noch mal ich hoffe das ist okay ansonsten schreibt mir in die kommentare wenn ihr die combo nicht versteht oder nicht wisst oder ich vergessen habe das video zu verlinken das alte von björn dann dann sagt mir bescheid dann erklärt euch in den kommentaren wir haben therspian stage starten für ein farbloses zwei mana tappen wir kopierenden land der stark denn wir haben gleichzeitig auch vier dark dobs das ding kommt mit zehn eismarken ins spiel drei mana wir removenden counter das macht niemand und wenn der letzte counter removed wurde dann kriegen wir in 20 20 fliegenden marit lage token der sieht so aus und ist mächtig ja wie gesagt wir können es mit der assessment stage kopieren wir können die hex mage zu der wir jetzt gleich kommen benutzen um die combo zu starten und das ist das ziel des decks ziemlich einfach jetzt haben wir die länder durch länder nehmen hier auch einen großteil ein tatsächlich gucken wir mal weiter was wir noch haben an kreaturen wir haben nicht so viele kreaturen drin aber die die wir haben haben es in sich wir haben einmal vier vampire hex mage erst schlag wir können die opfern um alle marken von der permanenten runter zu nehmen zum beispiel dark dabs starkes halt erste runde spielen wir urbock zweite runde dark dabs zweite runde sie mit dark dabs und urbock und haben einfach ein turn zwei 20 20 fliegen und zerstörbare kreatur ist halt sehr sehr stark als kombo deck und wir brauchen mana wir haben noch elf spirit guides drei mana zwei zwei aus der hand exilen für ein grünes mana einfach nur für grünes mana mana ist großartig wir brauchen mehr mana in diesem land das war es an kreaturen dementsprechend ja so viele waren es nicht der rest im deck sind zauber zauber sind ähnlich viele wie kreaturen drin eigentlich viele wie länder drin und ja da haben wir einmal die gute karte not of this world sieben mana wir counten spell und ability die ein permanent ist das wir kontrollieren targetten also wahrscheinlich wahrscheinlich das ist der marit lage mit sports de plowshares oder karakas und das ding kostet sieben mana weniger wenn wir eine kreatur mit stärke sieben oder mehr kontrollieren das heißt wenn wir marit lage kontrollieren ist das ding gratis wir können wenn wir eine menge mana haben wirklich wirklich eine menge mana haben damit auch ein wasteland counter habe ich bisher einmal geschafft war dämlich aber hat funktioniert dann haben wir noch zwei steifel steifel counter target activated or triggered ability auch das sehr sehr mächtige karte wir können damit fettschländer wastelands karakas ihr merkt ich wiederhole immer wieder dieselben hate karten die gegen das deck gespielt werden einfach kontern und sagen nö du zerstörst unsere marit lage nicht was auch ein lustiger fun fact ist ich habe schon es geschafft den marit lage trigger zu steifeln weil das bringt halt nichts lasst euch das von eurem local judge erklären außer dass der trigger neu auf den stack gesetzt wird und das hat mir schon den sieg gebracht das war ganz cool dann haben wir vier thoughtsys ein schwarzes mana sorcery wird der händler zeigt seine hand vor wir suchen nicht land karte von aus david discardet die und wir verlieren zwei leben wir haben eine menge gegen diese länder wir haben nicht so viel gegen swords to blow shares und so ein shenanigans dementsprechend thoughtsys können wir da ein bisschen disrupten auch gegen andere combo decks sehr stark dann nochmal zwei inquisition of koseleck ähnliches prinzip nur dass der halt nur non land karten man kostet nur drei oder weniger abwerfen kann ich habe auch schon hier drin gesehen den spell wo man eine kreatur oder land abwirft einfach nur um gegnerische länder auch abwerfen zu können zum beispiel wasteland oder karakas dann haben wir vier servants crying das ist der schlechteste spell in diesem deck meiner meinung nach zwei mana sorcery wird ich suchen unser deck nach einer landkarte nehmen sie auf die hand ist nicht so der wahnsinn aber es findet irgendwann ist marit lage es findet irgendwelche one of utility lands die wir brauchen und deswegen kann das auch mal den sieg bringen und dann vier crop rotation ein grünes mana instant wir opfern land und durch unser deck nach einer landkarte bringen sie ins spiel wahnsinnig gute karte vor allem weil sie instant ist können wir damit eben spontan booyukabok nutzen wir können spontan segeris der beschutz vorgeben wir können spontan karakas raussuchen ghost quarter und so weiter und so fort das ist sehr sehr mächtig oder eben unsere combo und das ist theoretisch alles was zum mainboard gibt gucken wir uns das sideboard an im sideboard gibt es zwei drei optionen über die ich auf jeden fall reden möchte mit euch denn ich habe da aus vergangener erfahrung ein bisschen ein bisschen was mitgemacht wir hatten sehr sehr viele dark dapp spieler teilweise sehr sehr gute dark dapp spieler die einfach weggezogen sind teilweise sehr gute dark dapp spieler die dann angefangen haben modern zu spielen deshalb nicht mehr gute dark dapp spieler waren und dementsprechend gucken wir mal ein sideboard habe da so ein paar paar suggestions für euch zuallererst zweimal leyline of the void warum leyline of the void leyline of the void ist eine großartige karte wenn man sie auf der start hand hat ist aber super zum nachziehen und oftmals wenn man gegen sowas wie reanimator oder dredge oder sowas spielt dann maligen man sowieso bis man entweder ein surgical eine leyline oder so auf der hand hat dann kann man auch nur zwei reinnehmen und noch zusätzlich zwei surgical extraction spielen was die bewandtes hat surgical extraction macht einen ähnlichen aspekt leyline of the void kommt direkt ins spiel wenn sie auf der start hand ist und alle karten die geht der schoffrieder für gehen werden exiled surgical extraction sucht eben das den hand den deck und das den friedhof nach weiteren karten von den karten die wir getargetet haben exilen die das spannende dabei ist surgery extraction können wir auch gegen sowas wie wasteland nutzen wir können das sowas nutzen wie swords to blow shares und ähnliches das können wir mit der leyline nicht aber die leyline ist in anderen matchups halt ganz gut wir können nicht vier surgical spielen weil leyline manchen anderen matchups mit uro und so weiter einfach besser ist oder gegen delver und dementsprechend habe ich diesen misch von 2 2 in diesen eingeführt mit dem ich sehr 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 zufrieden bin dann zweites member des member einfach nur noch einen weiteren creature removal zu haben hier könnte man auch abrupt decay drin spielen auch abrupt decay macht einen ähnlich guten job hat aber aktuell den punkt dass es gerade einen der wichtigeren flieger und zwar den fort monitor nicht abräumt im gegensatz zu des member des member räumt aktuell die flieger besser ab dann haben wir ein silver safekeeper im sideboard ein manner 1 1 wir können land opfern um einer kreatur shroud zu geben und das ist sehr sehr cool und sehr sehr mächtig und sollte man auch immer mal wieder drin haben dann artefakt hat wir haben zwei force of vigor kann man bis zu zwei und oder artefakte oder verzaubern zerstören kann man eine grüne karte aus der hand abwerfen beziehungsweise exilen statt die mana kosten zu bezahlen im gegner zug zumindest großartig dann zwei collector ruf da kann man auf einen collector ruf theoretisch runtergehen zwei mann hat zwei zwei aktivierte fähigkeiten von artefakten können nicht aktiviert werden und man könnte auch hier drei leyline oder drei surgical spielen ein uf rausnehmen und dann zwei rights spielen die rights sind karten die ähnlich wie fliegen dem gegner lebenspunkt abziehen ich mag die karte ich finde die karte gut und ja kann man auch spielen möchte ich euch als suggestion mitgeben die 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 das right of consumption ist wirklich eine gute karte ich spiele sie nicht weil wir bei uns wirklich eine menge artefakt manchmal rumliegen haben dementsprechend habe ich auch gleichzeitig einen tower of the magistrate tappen für ein farbloses oder ein manner tappen die kreatur eachot zwei artefakten müssen wenn es zurück ist einfach nur um durchzukommen es ist wirklich wirklich anstrengend da durchzukommen nicht die ganzen artefakt 1 1 top down den ganzen müll dementsprechend noch eine tower of the magistrate wirklich fünf karten für great hat fünf karten für artefakt hat zweimal kreaturen removal vier karten für graduate zwei mal kreaturen removal einmal protection und noch dreimal protection und zwar flaster storm ein blaues mana counter-target instant or sorcery seine bäscher zahlt ein mana mehr storm gegen storm gegen control gegen gegen delva irgendwelche battle counter battle wars gute karte auch da kann man runter cutten und irgendwie noch versuchen das right noch reinzubringen das right ist wirklich eine gute karte kann ich nur empfehlen habe ich sehr sehr viel spaß mit gehabt der vergangenheit ich wollte jetzt aber euch mal die stockliste zeigen die aktuell gespielt wird und ja euch sagen das deck ist immer noch großartig das deck macht immer noch eine menge menge spaß und kann einiges reißen auf turnieren und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt kann man auch mit diesem deck das jetzt achtung ich sag's für ein legacy deck nicht so teuer ist eine menge 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 spaß haben und wirklich wirklich coole matches haben wenn ich das video gefallen hat könnt ihr dem video gerne daumen nach oben da lassen ich hoffe ich hatte spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin da ihr brecht seht ciao ciao